herzlich willkommen wäre es nicht schön wenn man sich durch einen trick ganz einfach aus ohnmachtsgefühlen hilflosigkeit und erstachung befreien könnte das wäre doch eine tolle sache weil viele menschen haben damit zu tun wissen nicht wie sie mit so einer situation umgehen sollen und entsprechend habe ich dann die fragen in meinem mail postfach und in dem video erkläre ich dir wie du aus diesen zuständen auf natürliche und einfache und sichere art und weise herauskommen kannst mein name ist kopal ich bin traumatherapeut referent sachbuchautor und sprecher auf kongressen ich rede hier von temporären zuständen von ohnmacht hilflosigkeit und erstachung in dem beitrag hier möchte ich dir erklären wie du dich befreien kannst aus solchen situationen und zuständen es geht nicht darum wenn das chronisch bei dir ist wenn das dein dauerzustand ist das ist eine andere geschichte hier geht es darum wenn es dir sonst einigermaßen gut geht und du temporär aufgrund äußerer umstände in einen schockzustand eine erstarrung gerätst was ist dann zu tun wir kennen das letztlich alle und ein simples beispiel was ich an dem ich das gerne erläutern möchte ist zum beispiel du sitzt in einem team meeting an deiner firma eigentlich entspannt erwartest nichts schlimmes und der chef kommt rein und putzt dich runter wie auch immer so und was passiert du gerät in eine schockreaktion erstarrst weiß nicht was du sagen sollst was passiert da und wie kommst du da raus bevor ich das sage wie du da rauskommst dich raus manövrieren kannst auf ganz einfache art und weise möchte ich kurz sagen wie das system oft oder häufig in solchen situationen reagiert wenn wir uns da mal kurz reinversetzen dieses gefühl dieser zustand man bewegt sich nicht man hält den körper an die atmung wird ganz flach das denken wird irgendwie fahrig oder verlangsamt sich oder funktioniert gar nicht mehr richtig und dann geht die ganze energie ja wir haben es mit einem zu mit einem zustand von hoher intensität und hoher energie zu tun die in der in dem festhalten der physiologie sozusagen wie eingefroren ist in diesem moment aber die energie ist da und die sucht sich ein weg die will irgendwo lang also ist die tendenz dass die energie in den kopf geht oder ein körpersymptom in körpersymptome es kann also sein dass du vielleicht plötzlich anfängst zu frieren oder anfängst zu zittern dann geht es eher in den körper oder es geht in den kopf und denkst rasend darüber nach was jetzt zu tun ist wie du dich wehren kannst und so weiter und so weiter in beiden fällen ändert sich nichts an der situation sondern das system sucht einen kanal für die energie ohne die eigentliche ursache sozusagen beheben zu können also letztlich fallen wir in solchen situationen einen kindheits nicht gelösten kindheitszustand zurück und ich rede hier von situationen die natürlich keine reale gefahr und ohnmacht im außen darstellen also wo keine reale gefahr und ohnmacht für das leben besteht das heißt der energiefluss geht wie in die falsche richtung wo es keine lösung gibt weil was ist denn biologisch das was da passiert die biologie deines körpers und zwar tiefe hirnareale über die du fast keine bewusste oder keine bewusste kontrolle hast die halten dann körper an freeze erstarrung todstern reflex ja der sinn des ganzen ist es aus der evolution aus der biologie das ist sozusagen eine reaktion die aus dem reptilien aus der reptilienzeit noch stammt den körper anzuhalten die physiologie runterzufahren in der hoffnung vom feind übersehen zu werden das heißt auf der biologischen ebene wird der körper wie angehalten jede bewegung soll unterbunden werden um ja keine aufmerksamkeit des feindes zu erregen und das macht natürlich in der natur und in der evolution hat das sinn gemacht wenn ich von einem rudel hyänen angegriffen werde dann macht der todstellreflex sinn da macht es sinn den körper anzuhalten und zu warten bis das rudel weitergezogen ist und dann überlebe ich vielleicht und wenn ich aber mich bewege und der stress nach außen sichtbar wird dann kann es sein dass das rudel mich bemerkt und daneben überlebe ich nicht also das sind biologische grundlagen die wir in unserem system haben die aber heute in der zivilisation in solchen situationen absolut keinen sinn mehr machen so deswegen ist der punkt dass egal wo du die energie hinlängst egal wo das system die energie hinlegt ist nicht zu einer lösung kommt weder über körpersymptome in dem sinne noch über gedanken weil die primäre reaktion ist den körper anzuhalten so das heißt du musst an der körper bewegung ansetzen das bedeutet wenn du in so eine situation kommst regel nummer eins den körper bewegen und wenn möglich das setting zu verlassen nicht versuchen sich auf die körpersymptome zu konzentrieren und mit sich selber irgendwie klar zu kommen auch nicht überlegen wie wäre ich mich jetzt verbal ja was sage ich dem jetzt das geht biologisch nicht weil das areal für soziale interaktion das ist in dem zustand nicht zugänglich das funktioniert in dem zustand nicht deswegen regel nummer eins ich sag es noch mal wenn du in eine solche situation kommst den körper bewegen und wenn möglich das setting verlassen das heißt jetzt in dem beispiel mit dem meeting in der firma wenn das passiert und du merkst dass du in diese schockstache reinkommst dann bewege den körper zum beispiel steh auf und verlass das meeting da musst du dich zu zwingen weil die ganze biologie will dich ja festhalten das macht aber keinen sinn weil du nicht in einer realen lebensgefahr bist und auch nicht ohnmächtig bist also diese diese erstaunungsreaktion im körper die macht der körper weil er glaubt ist es herrscht lebensgefahr und ohnmacht gleichzeitig diese kombination aber beides trifft ja nicht mehr zu in solchen situationen weder bist du in lebensgefahr in einem firmen meeting noch bist du ohnmächtig es stimmt ja nicht du kannst physisch handeln du kannst das meeting verlassen und das ist auch das was zu tun ist wenn das passiert aufstehen und den raum verlassen den körper bewegen und den raum verlassen und wenn es dir leichter fällt dann kannst du irgendeine entschuldigung vorgeben auch wenn es komplett gelogen ist spielt keine rolle du kannst in einer solchen notsituation die du für dich lösen müsst weil du bist in not kannst du ruhig lügen zum beispiel ganz sagen ich muss auf die toilette oder ich muss ganz dringend auf die toilette aufstehen ich muss ganz dringend auf toilette sorry raus aus dem meeting so wenn du das machst dann versteht dein körper dass er sich bewegen kann dass er eben nicht ohnmächtig ist dass das nicht mehr stimmt ja du bewegst den körper den körper und signalisiert ihm damit dass diese erstachung sinnlos ist dass die dass die nicht notwendig ist dass das nicht stimmen du kannst den körper bewegen so und damit ist das im prinzip schon im großen und ganzen erledigt du könntest wenn das nicht reicht wenn du also draußen dann meinetwegen ein bisschen rumgelaufen bist und dass du brauchst immer noch unterstützung dann wäre die nächste maßnahme eine vertraute person anzurufen und mit der kontakt aufzunehmen und in möglichst viel gespräch zu verwickeln und sich intensiv auszutauschen ja also da geht es gar nicht mal so sehr um den inhalt sondern dass du das sprechwerkzeug benutzt und wirklich intensiv mit einem vertrauten menschen austausch und diese diese kombination ja physisch das setting verlassen und dann sozialer kontakt mit sprechen und hören mit einem vertrauten menschen das wird eine physiologie aus dieser erstachungsreaktion rausbringen und das gefühl von ohnmacht und hilflosigkeit wird dann aufhören und dann von dort kannst du in ruhe überlegen wie du dann weiter vorgehen möchtest zum beispiel einfach in das meeting zurückgehen ja eine möglichkeit nicht mehr zurückgehen und ein gespräch unter vier augen mit dem chef vereinbaren zum beispiel ja aber dann hast du deine bewusstheit wieder und du bist wieder im erwachsenen bewusstsein und kannst bewusst für dich entscheiden wie du weiter reagierst du bist nicht opfer von automatisierten reaktionsmustern der biologie ja das ist der punkt du bringst dich aus der scheinbaren gefahrensituation raus so lange bis der körper bis der bis das gehirn wieder voll online ist voll wieder in der realität verankert ist und dann von dort handelst du bewusst als erwachsener so das ist das wie man sich daraus bewegt raus manövriert